Ja, sehr geehrte, liebe Teilnehmende, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der beiden Veranstalter des Deutschen Instituts für Menschenrechte und der Landeszentrale für politische Bildung Berlin. Ich freue mich, dass der Leiter der Landeszentrale Thomas Gill heute ebenfalls unter uns ist und auch zum Ende der Veranstaltung seine Eindrücke und Einschätzungen mit uns teilen wird. Sehr herzlich danke ich schon jetzt Herrn Prof. Michael Krennerich, der unserer Diskussion mit seinem einführenden Vortrag sicherlich wichtige Impulse geben wird. Und ich begrüße sehr herzlich unsere PanelistInnen, Herrn Mohamed Juni und Prof. Nivedita Prasad. Sie alle werden Ihnen nachher noch näher vorgestellt. Bedanken möchte ich mich auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die das Projekt mit Menschenrechten Brücken bauen, politische Bildung in Transformationsprozessen, und damit auch diese Auftaktveranstaltung finanziell unterstützt. Mein ganz besonderer Dank gilt aber Ihnen allen, die Sie heute dabei sind. Denn wir wollen mit der heutigen Veranstaltung und mit den weiteren geplanten Diskussionsveranstaltungen und Workshops mit Ihnen in den Austausch kommen. Meine Kolleginnen Josephine Akinio-Soye und Sandra Reitz werden unser Projekt gleich noch näher vorstellen. Ich möchte deshalb an dieser Stelle nur betonen, wir alle, die wir in Bildungskontexten aktiv sind, stehen, so denken wir, vor denselben Herausforderungen. Wir erleben derzeit fundamentale gesellschaftliche Veränderungen oder Veränderungsbedarfe. Um nur einige zu nennen, die schwerwiegenden Folgen der Corona-Pandemie sind noch nicht überwunden und die Lehren aus ihr noch nicht gezogen. Die Klimakrise und die unzureichenden staatlichen Gegenmaßnahmen drohen, Freiheit und Selbstbestimmung in der Zukunft drastisch einzuschränken. Die große Zahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs führt dazu, dass auf europäischer Ebene die Abschaffung des Rechts auf wirksamen Schutz vor Verfolgung oder Krieg droht. Neue technische Entwicklungen machen es möglich, den öffentlichen Diskurs mit Lügen zu fluten, durchtäuschend echt wirkende, gefälschte Bilder und Videos zu manipulieren und mit Hassrede in bislang nicht gekannter Weise zu vergiften. Demokratie und Rechtsstaat stehen damit vor einer Bewährungsprobe wie schon lange nicht mehr. Wie können wir in unseren jeweiligen Bildungskontexten auf diese Herausforderungen reagieren? Wie kann Empowerment angesichts überwältigend scheinender Gefahren gelingen? Können die Menschenrechte hierfür einen gemeinsamen Bezugsrahmen bieten? Diese und weitere mit verbundene Fragen wollen wir mit dem Projekt angehen und heute den Auftakt machen. Bevor wir beginnen, noch einige inhaltliche und technische Informationen. Wir haben bei der heutigen Veranstaltung ein Awareness-Team, das sich gleich im Anschluss an meine einführenden Worte vorstellen wird. An dieser Stelle schon ganz herzlichen Dank für die Mitglieder des Awareness-Teams. Die Veranstaltung wird bis 11.30 Uhr aufgenommen. Dann, also wenn wir die Diskussion für alle Anwesenden öffnen, endet die Aufnahme. Bitte helfen Sie uns, eine gute Qualität der Aufnahmen von Vorträgen und Panel-Debatte sicherzustellen, indem Sie, falls noch nicht geschehen, Ihr Mikrofon ausschalten. Hinweisen möchte ich Sie noch auf ein Bildungsmaterial zum Brückenbauen mit Menschenrechten, das ebenfalls in Kooperation von Landeszentrale für politische Bildung Berlin und dem DMR entstanden ist. Die Broschüre, was sind Menschenrechte? Sie finden den Link gleich im Chat. Und weitere Materialien zur Menschenrechtsbildung finden Sie auf unserer Website, wenn Sie da nicht schon ständiger Gast sind. Gerne können Sie uns Rückmeldungen und Anregungen zu unseren Materialien geben. Nun aber freue ich mich auf unseren Austausch und lade Sie sehr herzlich ein, mitzudiskutieren, die Möglichkeit der Vernetzung zu nutzen und uns in den Kleingruppen, Gesprächen, Fragen, Themen und andere Anregungen für unsere kommenden Veranstaltungen mitzugeben. Genau, damit komme ich jetzt zu dem nächsten Teil der Projektvorstellung, die Josie und ich gleich zusammen machen werden. Es ist ja jetzt die Auftaktveranstaltung für ein längeres Projekt. Deswegen haben wir gedacht, das macht Sinn, nochmal kurz auf Grundpunkte des Projekts einzugehen. Der Titel lautet mit Menschenrechten Brückenbauen, politische Bildung in Transformationsprozessen. Und das ist ja auch der Titel der heutigen Veranstaltung. Ich beginne mal mit dem Titel von hinten zur Abwechslung, weil das die häufigste Frage ist, die gestellt wird, was meinen wir mit Transformationsprozessen? Das wird auch gleich von Michael Kennerich nochmal aufgegriffen. Uns ist wichtig, dass es eine offene Liste ist, dass da auch verschiedene Aspekte nochmal zur Sprache kommen. Aber wir haben, wie Beate Rudolf in der Einleitung schon gesagt hat, in erster Linie an gesellschaftliche Transformationsprozesse gedacht. Klimakrise, Ukraine-Krieg, Digitalisierung oder mehr Sichtbarkeit von Vielfalt in der Gesellschaft. Also verschiedene Prozesse, die teilweise erst vor kurzem angefangen haben, teilweise aber auch schon längere Zeit. Und die jetzt irgendwie einer Bearbeitung bedürfen. Was meinen wir im zweiten Schritt mit dem Wort politische Bildung in Transformationsprozessen? Das sind bewusst zwei Lesarten. Zum einen politische Bildung, und zwar breitgedachte politische Bildung, muss diese Transformationsprozesse aufgreifen in der aktuellen Arbeit und in den Bildungskontexten aufgreifen. Gleichzeitig befindet sich politische Bildung aber selbst in einem Transformationsprozess. Und das haben wir auch im Projektantrag versucht, nochmal deutlich zu machen. Wir haben es behelfsmäßig mit neueren und traditionelleren Akteurinnen bezeichnet. Mit traditionell meinen wir AkteurInnen, die, also sprich Organisationen oder auch Privatpersonen, die schon seit Jahrzehnten politische Bildung betreiben und das auch so benennen, in Konferenzen unterwegs sind, in Verbänden unterwegs und organisiert sind, zum Beispiel in der Deutschen Vereinigung für politische Bildung oder auch im Bundesausschuss politische Bildung. Da gibt es ja verschiedene Organisationen. Mit neueren AkteurInnen sind Organisationen oder Privatpersonen gemeint, die zwar auch durchaus bei diesen Konferenzen vertreten sind oder auch im Bundesausschuss für politische Bildung. Vielleicht sind einige dieser Organisationen, die wir eher als neuere AkteurInnen bezeichnen, auch vertreten. Aber vielleicht haben sie das vor Jahrzehnten noch nicht so benannt, sondern eher von Antidiskriminierungsarbeit gesprochen oder Empowerment-Workshops, wurden vielleicht von Demokratie-Leben gefördert. Also diese Art von Personen und Organisationen meinen wir. Und jetzt kommen wir zu dem Gesamttitel, nämlich dem Brückenbauen. Welche Brücke wollen wir mit Menschenrechten bauen und warum? Einerseits zu den Transformationsprozessen, also die Frage, wie können diese Transformationsprozesse gerecht nach Menschenrechtsmaßstäben bearbeitet und gestaltet werden, aber auch für die Bildungsprozesse insgesamt. Also wie kann und wie gesagt, politische Bildung verstehe ich hier breit, als politische Bildung, Demokratiebildung oder auch Menschenrechtsbildung. Wie können hier die Bildungsprozesse nach Menschenrechtsgesichtspunkten gut gestaltet werden, also partizipativ, inklusiv und diskriminierungskritisch? Wir werden wahrscheinlich in späteren Veranstaltungen auf das Lernen über, durch und für Menschenrechte nochmal zu sprechen kommen. Wir können Menschenrechte auch als Analyseraster in der klassischeren politischen Bildung verstehen, dass man eben Menschenrechte an diese Transformationsprozesse anlegt und eben guckt, wie werden sie aktuell gestaltet und wie passen Menschenrechte dazu oder auch nicht. Wir möchten Menschenrecht aber auch als Brücke anbieten zwischen diesen genannten Akteurinnen, also zwischen den traditionelleren oder den neueren Akteuren und damit eben dieses breite Verständnis von politischer Bildung, Demokratiebildung, Menschenrechtsbildung mit unterstützen, Hierarchie dabei vermeiden, sondern vielmehr menschenrechtliche Aspekte unterstützen im Diskussionsprozess. Zusammengefasst haben wir das genannte Ziel des Projekts ist es, Menschenrechte und Menschenrechtsbildung den Akteurinnen in der politischen Bildung näher zu bringen und traditionelle sowie neuere Akteurinnen zu einem Austausch zu Kernthemen der Transformation unter menschenrechtlicher Perspektive zusammenzubringen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen metamäßig an und theoretisch, deswegen übergebe ich jetzt an Josephine, die erklären wird, was das für das Projekt bedeutet. Ja genau, herzlich willkommen von mir. Wie wollen wir das Projekt umsetzen? Da sind uns einmal Prinzipien wichtig, die Sandra auch schon benannt hat, von Inklusion, Partizipation, Diskriminierung, Schutz und einbeziehend kritischer Sichtweisen, hier besonders auch aus postkolonaler, feministischer und rechtskritischer Sicht. Und das soll einerseits im Prozess, also wie wir jetzt heute auch das Awareness-Team geplant haben, um Diskriminierungsschutz zu ermöglichen oder einen Schritt in diese Richtung zu gehen, verwirklicht werden, aber auch das Mitdenken und Abbauen von Barrieren, wie wir durch die Abfrage von besonderen Bedarfen in den Anmeldungen das versucht haben zu tun und unsere Beteiligung, unser Treffen mit den Critical Friends, die uns genau partizipativ und kritisch unterstützt haben und auch heute noch nicht so viel, aber auf jeden Fall zukünftig auch stärker partizipative Veranstaltungsformate, wo wir auf ihre Beteiligung auch uns freuen und uns das wünschen. Genau, dass also einem am Prozess diese Prinzipien immer wieder sozusagen berücksichtigen, aber auch natürlich dann in den zukünftigen Themen wollen wir immer wieder auch Inklusion, Partizimation, Diskriminierungsschutz. Die kritischen Sichtweisen in der Konzeption von, welche Themen werden jetzt fokussiert, was auch noch mal im Ausblick vorgestellt wird von Thomas Gill, da soll das immer wieder berücksichtigt werden. Genau, vielleicht zur Projektlaufzeit noch interessant für Sie. Das ganze Projekt läuft zwei Jahre, also bis Ende 2024 und wir planen noch neun weitere Veranstaltungen. Dieses Jahr wird es noch vier weitere geben im Herbst und davon zwei bis drei Hybrid und sieben bis acht Online. Und genau, wie schon gesagt, auch da das Ziel der Wunsch, unterschiedliche methodische Vorgehensweisen zu berücksichtigen, heute nicht, aber genau, zukünftig auch Workshops und andere interaktive Formate, damit auch die Interaktion und der Austausch, weil es ja genau um Sie als Akteurinnen der Bildungsarbeit gehen soll und Sie da ganz wichtig sind in unserem Projekt. Und genau, was Sie vielleicht auch schon gesehen haben, als Sie sich angemeldet haben, war das verlinkt als weitere Information, dass es die Website gibt, wo jetzt gerade noch nicht viel steht, aber da soll die Langfristigkeit des Projekts auch gewährleistet werden, sodass wir dort Materialien in unterschiedlicher Form auffüllen werden. Da sind wir ganz stark im Austausch mit unserer Abteilung, auch der Kommunikation, Videos bereitzustellen, Literatur, wo Sie uns auch gerne Empfehlungen schicken können und aber auch ist in Planung, Auftragsarbeiten zu erstellen, also in kleinerer Form Bildungsmaterialien zu den genannten Themen, diese erstellen zu lassen oder auch zu begleiten. Dann zur Transparenz, vielleicht wäre es alles beteiligt, also genau, es wurde ja schon auch mehrfach gesagt, wir wurden von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Das ist die Kooperation zwischen uns und unserer Fördermittelgeberin. Und aus dem Deutschen Institut für Menschenrechte bin ich als Koordination zuständig, mit der Richtsandra Reitz als übergeordnete Projektleitung. Dann haben wir noch unsere neue studentische Mitarbeiterin, Dilan Terzi. Du kannst auch gerne deine Zoom-Hand heben, dann erscheinst du, glaube ich, als sichtbare Kachel. Und ansonsten auch noch die weiteren Personen aus der Abteilung Menschenrechtsbildung und der Abteilung Kommunikation. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr mögt, eure Hand heben, dann ist das etwas sichtbarer für die Teilnehmenden. Einen großen Dank auch an euch für eure Unterstützung. Und dann natürlich Thomas Gill, unser Kooperationspartner, auch schon genannt, von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung, auch heute abwesend. Und genau, dann wie schon genannt, die Critical Friends, unseren Beirat, die uns kritisch-konstruktiv begleiten, die auch genau schon total viel, also in der Vorbesprechung uns geholfen haben, mit denen wir vielleicht auch in Zukunft Veranstaltungen zusammen erstellen werden oder Bildungsmaterialien. Da sind heute auch auf jeden Fall einige anwesend. Könnt auch gerne eure Hand heben an dieser Stelle, wenn ihr mögt. Genau, und dann als letzte Bemerkung, genau, freuen wir uns natürlich auf Ihre Beteiligung. Da können Sie natürlich bei jeder Veranstaltung sich aktiv beteiligen. Wir hatten auch an einen Verteiler gedacht, den wir erstellen lassen, um Sie immer über aktuelle Veröffentlichungen, nächste Veranstaltungen informieren zu lassen. Da kommen wir bestimmt noch mal auf Sie zu, um zu fragen, ob Sie auch so einen Verteiler möchten. Und damit das auch alles datenschutzrechtlich richtig ist. Und genau, auch freuen wir uns immer über E-Mails für thematische Schwerpunkte, Kooperationen, Workshops-Ideen. Und später in den Breakout-Rooms wird es ja auch noch mal die Gelegenheit geben, da solche Ideen auch zu platzieren. Und genau, damit gebe ich wieder zurück an Sandra Reil. Ja, dankeschön. Genau, ich werde jetzt nur noch maximal eine halbe Minute benötigen, um Michael Krennerich kurz vorzustellen, der jetzt in dem Programm uns den ersten Impulsvortrag netterweise halten wird. Genau, die Inhalte wird er gleich selbst vorstellen. Michael Krennerich ist Professor am Lehrstuhl im Institut für politische Wissenschaft, am Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er ist auch leitender Herausgeber der Zeitschrift für Menschenrechte und Vorsitzender des Nürnberger Menschenrechtszentrums, also sehr zentral in der Thematik Menschenrechte verhaftet. Und er ist außerdem Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Instituts für Menschenrechte und auch einer unserer Critical Friends. Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist und uns den Impulsvortrag hältst. Ich übergebe das Wort an dich. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, fangen wir gleich auch an mit der SRE. Ich glaube, ich kann eine kurze PowerPoint mit einschalten. Da muss ich jetzt mal ein Bildschirm freigeben. Ich hoffe, das klappt alles wunderbar. Sehen Sie das alle? Ja? Okay. Also das ist jetzt die Friedrich-Alexander-Universität. Die sieht von außen besser aus, wie sie von innen ist, wie bei allen Universitäten. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich auch hier weiterklicken kann. Das scheint mir nicht zu klappen gerade. Okay. So. Jetzt. Also, in Medias Ries. Als Ergebnis gesellschaftspolitischer Prozesse unterliegen die internationalen Menschenrechte stets einem Wandel. Also selbst wenn die Normsetzung weit vorangeschritten ist, kann der vermeintliche Katalog der Menschenrechte verändert und erweitert werden. Prinzipiell ist also anzunehmen, dass neue oder neu artikulierte Unrechtserfahrungen, Menschenrechtserfahrungen ebenso wie Veränderungen in den menschlichen Lebensbedingungen auch weiterhin neue Menschenrechte hervorbringen können. Zumal, wenn sie mit der Kritik an Unzulänglichkeiten des bestehenden Menschenrechtsschutzes verbunden sind. Zugleich stellen Menschenrechtsabkommen living instruments dar. Das heißt, das Verständnis der völkerrechtlich bereits verankerten Rechte ist nicht starr. Viele rechtliche und politische Debattenkreise sind gegenwärtig weniger um die Festschreibung neuer Menschenrechte als um eine zeitgemäße Auslegung bestehender Rechte. Und viele Blindstellen des traditionellen Menschenrechtsschutzes wurden im Menschenrechtsdisturs in den vergangenen Jahrzehnten auch aufgegriffen und haben diesen verändert. Also so etwa in den Bereichen der Diskriminierung, der häuslichen Gewalt, der sozialen Menschenrechte, der extraterritorialen Staatenpflichten oder auch der Unternehmensverantwortung, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Zugleich werden die Menschenrechte von verschiedenen Zeiten zusehend sind infrage gestellt. Das geschieht sowohl auf theoretischer Ebene als auch auf politischer Ebene. Ich möchte im Folgenden nun meine einige menschenrechtsrechtliche Herausforderungen herausgreifen und dabei gehe ich zunächst beispielhaft etwas ausführlicher auf die Klimakrise ein, weil sich hier gut zeigen lässt, wie sich durch veränderte Lebensbedingungen und zivilgesellschaftlichen Druck sowohl menschenrechtspolitische als auch menschenrechtsdogmatische Herausforderungen ergeben. Und dann anschließend benenne ich noch einige weitere Herausforderungen. Die Klimakrise stellt bereits in Zufufern eine Herausforderung dar, für die Menschenrechte dar, als sie mit erheblichen menschenrechtlichen Folgen einhergeht. So gilt es zunächst einmal aufzuzeigen, welche Bevölkerungsgruppen weltweit bei der Nutzung ihrer Menschenrechte auf welche Weise vom Klimawandel betroffen sind. Hierzu gibt es etliche Stuten, aber viele mehr wären nötig. Menschenrechtspolitisch stellt sich dann weiterführend die Frage, wie sich die Menschenrechte der Betroffenen bestmöglich schützen lassen. Und wie Schutz-, Anpassungs- und Ausgleichsmaßnahmen beim Umgang mit der Klimakrise so ausgestaltet werden können, dass diese menschenrechtlichen Anforderungen auch genügen. Internationale Menschenrechtsinstitutionen haben zwar inzwischen das Thema aufgegriffen, doch die Institutionen und Akteure, die sich mit Klimawandel und mit Menschenrechtsschutz beschäftigen, müssen noch weitaus stärker zusammengeführt werden. Dies gilt auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Hier ist zu klären, inwiefern und unter welchen Bedingungen Menschenrechts- und Klimaaktivistinnen gemeinsam vorgehen oder sich in ihrem Handeln zumindest ergänzen kann. Unter welchen Bedingungen formieren sich in diesem Bereich transnationale Netzwerke, Koalition oder da gemeinsame Bewegung heraus? Möglicherweise sind ja die anthropozentrische, individualrechtliche Auslegung der Menschenrechte, deren kommunitäre Dimensionen ja oft übersehen werden, ein gemeinsames Wirken abträglich. Oder auch die Blindstellen der bisherigen Menschenrechte gegenüber den Rechten künftiger Generationen. Möglicherweise formulieren die Menschenrechte aber auch wichtige individualrechtliche Ansprüche an den Klimaschutz und ergänzen damit das vor allem auf staatenbezogene Umweltrecht. Inwieweit werden etwa strategische Prozessführungen oder auch nur die Sprache der Menschenrechte als Katalysatoren genutzt, um sich für Klimagerechtigkeit einzusetzen? Und sind bürgerliche und politische Menschenrechte nicht geradezu die Voraussetzung, um klimapolitische Forderungen vorzubringen und durchsetzen zu können? Anhand des Themas Menschenrechte in der Klimakrise könnte besonders deutlich werden, wie untrennbar bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und weiterführend auch ökologische Menschenrechte miteinander verbunden sind. Bezeichnenderweise sind gerade auch Klimaaktivistinnen und Verteidigerinnen sozialer Menschenrechte gefährdet gefährdet und von Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume betroffen. Und besonders geschützt werden müssen zudem indigene Völker, die in besonderem Maße vom ökologischen Wandel, gegebenenfalls aber auch von Klimaschutzmaßnahmen betroffen sind. Der Diskurs um die Klimagerechtigkeit stellt aber nicht nur eine politische, sondern auch eine rechtsdogmatische Herausforderung an die Menschenrechte dar. Inwieweit werden angesichts der Klimakrise neue Vorschläge zur inhaltlichen Reformulierung und Erweiterung der Menschenrechte diskutiert? Diese können die Auslegung bestehender Menschenrechte betreffen, also ein sogenanntes Screening of Human Rights oder eine etwaige Festschreibung neuer ökologischer Menschenrechte, immer mit dem Ziel, Klimagerechtigkeit zu befördern. Auch wird die Frage neu aufgeworfen, was angesichts der Klimakrise legitimerweise menschenrechtlich von wem eingefordert werden kann und wen die Menschenrechte angesichts der komplexen Klimaproblematik dann auf welche Weise verpflichten. Dabei wird nicht nur die Frage virulent, inwieweit all jene Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihr Staatsgebiet irreversibel verlieren oder temporär nicht bewohnen können, ihre Menschenrechte gelten machen können und gegenüber wem, angesichts der Klimakrise vor allem auch zu klären, ob künftige Generationen als Rechtssubjekte anerkannt werden und in welchem Verhältnis deren Rechte zu den Menschenrechten der heutigen Generation dann stehen sollen. Menschenrechtsexpertinnen erarbeiten gegenwärtig neue Prinzipien für Menschenrechte für künftiger Generationen, die sogenannten Mastery Principles of Human Rights for Future Generations. Angesichts von Umweltzerstörung und Klimawandel wird weiterhin die Frage aufgeworfen, ob die Menschenrechte nur für Menschen gelten sollen. Wie steht es um die Rechte anderer Lebewesen? Und wie sollen wir, wie im Falle einiger strategischer Klagen erfolgreich vor Gericht argumentiert wurde, und sollen wir auch die Rechte der Natur anerkennen? Stellen also die bisherigen Menschenrechte eine unzulässige Privilegierung der menschlichen Spezies zum Nachteil anderer Lebewesen dar, wie einige Kritikerinnen behaupten? Ich persönlich denke, es gibt gute Gründe, die Menschenrechte als Rechte von Menschen zu verstehen. Da war aber den Mensch als Verantwortungssubjekt viel stärker an die Pflicht zu nehmen, den Schutz von Tieren oder Naturgeltung zu verschaffen. Dadurch verändert sich zwar nicht das Subjekt, aber der Schutzbereich und damit das Objekt der Menschenrechte. Weil wie auch immer diese und andere menschenrechtliche Diskussionen werden geführt und schlagen irgendwann auch in der Menschenrechtsbildung auf. Und so wie es wichtig ist, Klimaaktivistinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen zusammenzubringen, so wichtig ist es auch, Umwelt- bzw. Klimabildung und Menschenrechtsbildung zusammenzuführen. Eine weitere weltpolitische Herausforderung ist in Zweifelsohne Kriege. Also die Klimaausführungen waren jetzt ein bisschen ausführlicher, ich bin jetzt ein bisschen kürzer, und fange mit den Kriegen an. Das sind zwar beileibe keine neuen Erfahrungen, aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die viel zitierte Zeitenwende haben hierzulande sowohl den friedenspolitischen als auch den menschenrechtspolitischen Diskurs beeinflusst. Dabei wird nicht nur die Frage aufgeworfen, wie aus menschenrechtlicher Sicht angemessen auf Kriege und Kriegsverbrechen zu reagieren ist. Weiterführend wird auch das Verhältnis zwischen Menschenrechten und Frieden erneut ausgelotet. Zwar besteht weitgehend Konsens darüber, dass Menschenrechtsverletzungen eine wichtige Ursache für die Entstehung zumal innergesellschaftlicher Konflikte sind. Und das Menschenrecht, das ein positiver Friede stets auch mit Menschenrechten umfasst, doch bergen Menschenrechte auch eine ganze Menge an Konfliktpotenzial und ihre Einforderung kann zu einer Konflikteskallation führen. Auch kann die angestrebte Ahndung von Menschenrechtsverbrechen die Versuche erschweren, gewaltsame Konflikte zu beenden. In diesem Sinne sind also Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowohl zwischen Ansätzen der Menschenrechtsbewegung und der Friedensbewegung als auch zwischen Menschenrechtsbildung und Friedenspädagogik offen zu legen. Und dies ist alles andere als trivial. Menschenrecht und Frieden gehören zusammen, und stehen doch zugleich in einem komplexen Spannungsverhältnis. Und eine kleine Randbemerkung, während sich die Friedensbildung stets auch mit Kriegsursachen beschäftigt, vernachlässigte Menschenrechtsbildung in ihrem viel zitierten Dreiklang Bildung über, durch und für die Menschenrechte bei der Wissensvermittlung oft die strukturellen Ursachen von Menschenrechtsverletzungen, nämlich namentlich macht es Asymmetrien im politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Bereich. Wenn man Menschenrechte in einem anspruchsvollen, emanzipatorischen Sinne versteht, dann stellen diese autoritäre Praktiken und Strukturen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und im Privatleben infrage. Sie heben dann darauf ab, solche Praktiken und Strukturen zu überwinden und Machtasymmetrien abzubauen, die dafür verantwortlich sind, dass die Menschen kein selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft mit anderen führen können. Vor diesem Hintergrund stellen die politischen Autokratisierungstendenzen in etlichen Ländern weltweit eine große Herausforderung für die Menschenrechte und für all jene da, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Sichtbarer Ausdruck davon sind Einschränkungen der politischen und zivilgesellschaftlichen Spielräume für regimekritische und emanzipatorische Gruppen, zumal, wenn sie mit ihrer Kritik und ihren Forderungen den mächtigen in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft dann auf die Füße drehen. Die Repressionspalette gegenüber Menschenrechtsverteidigern ist breit. Sie reicht von Diffamierung und Verleumdung der Betroffenen als Vaterlandsverräter, Handlanger des Auslands oder Terroristen über bürokratische Schikanen, fingierte Anschuldigungen, restriktive Gesetze und willkürliche strafrechtliche Verfolgung bis zur blanken Repression. Da die Repression oft mit vorderhand legitimen Zwecken, also wie etwa der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder der Bekämpfung von Terrorismus gerechtfertigt wird, besteht hier die menschenrechtsdogmatische Herausforderung darin zu zeigen, dass und inwiefern solche Eingriffe nicht mehr rechtsstaatlichen Prinzipien genügen, weil die Ziele und Mittel keiner freiheitlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung mehr standhalten. Juristisch muss man hier sich etwas auskennen in der, Entschuldigung, ich mache gerade das Fenster zu. Juristisch muss man sich hier etwas auskennen in der Frage der Schranten und der Schranten-Schranten-Problematik, um den vordergrundigen Rechtfertigung von Autokraten etwas entgegenhalten zu können. Es reicht also nicht darauf hinzuweisen, dass in Menschenrechte eingegriffen wird, damit, da die allermeisten Menschenrechte nämlich absolut gelten, muss auch immer gezeigt werden, dass illegitimerweise und unverhältnismäßig in die Menschenrechte eingegriffen wird. Gerade auch in der Menschenrechtsbildung wird diese Frage oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und menschenrechtspolitisch wiederum besteht die Herausforderung darin, Menschenrechtsverteidigerinnen zu schützen und zu unterstützen, ohne sie zu performen oder ihnen da zu schaden. Durch Diffamierungskampagnen und NGO-Gesetze, die sich gegen die ausländische Unterstützung von Menschenrechtsverteidigern richten, wird dies erheblich erschwert. Das für den Menschenrechtsschutz so wichtige Band zwischen den Menschenrechtsverteidigerinnen vor Ort und ihren Unterstützerinnengruppen im Ausland ist hier trotz aller widrigen Bedingungen zu bewahren oder auch erst zu knöpfen. Und wie die Unterstützung und Zusammenarbeit aussehen soll, wissen dabei die Betroffenen am besten. Dabei ist es wichtig, oder daher ist es wichtig, gut zuzuhören. Und dies gilt selbstverständlich auch für die Zusammenarbeit in der Menschenrechtsbildung. Im Krieg und in Friedenszeit von großer Bedeutung sind weiterhin die Transformationen, die sich durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ergeben. Also neben den vielen Fragen, die sich hier aus menschenrechtlicher Sicht stellen und auf die ich hier auch nicht weiter eingehen werde, möchte ich nur die bedrohliche Zunahme und die neue Qualität von Desinformation hervorheben. Der Menschenrechtsschutz ist auf verlässliche Information über Menschenrechtsverletzungen essentiell angewiesen. Mit dem technologischen Fortschritt steigen zwar erheblich die Möglichkeiten, Fact-Finding zu betreiben und Menschenrechtsverbrechen zu dokumentieren, also zum Beispiel über Satellitenbilder und dergleichen. Doch die Autorität solcher Dokumentationen wird durch gezielte Desinformation auch gezielt in Frage gestellt. Die Verfügbarkeit alternativer Fakten im Internet, die durch künstliche Intelligenz potenziert werden, kann die Glaubwürdigkeit der Dokumentation selbst offenkundiger Menschenrechtsverbrechen untergraben. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Wahrheiten kann man, Entschuldigung, die man glauben oder nicht glauben kann, werden dann aus Tatsachen, Aussagen, eben Meinungen und Glaubenssätze. Aus Tatsachen, Wahrheiten, Meinung zu machen, ist aber, darauf hat bereits Hannah Arendt hinfing gewesen, eine besonders perfide Form der Lüge. Für Menschenrechtsorganisationen, deren Stärke gerade in einem seriösen Monitoring von Menschenrechtsverbrechen liegt, ist die Flut an konkurrierenden Desinformationen, welche die künstliche Intelligenz erstellen kann, ein gewaltiges Problem. Hier müssen Menschenrechtsverteidigerinnen mit Technikexpertinnen und NGOs, die zu dem Thema arbeiten, weit enger zusammenarbeiten und auch in der Menschenrechtsbildung wird dieses Problem ganz sicher aufschlagen. Komme ich zu meinem letzten Punkt. Wir erleben Gottlob in diversen Gesellschaften. Menschenrechte sind mit dem Anspruch verbunden, für alle Menschen gleichermaßen zu gelten. Das strikte Postulat menschenrechtlicher Gleichheit im Sinne einer prinzipiellen Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung aller Menschen ist den Menschenrechten also innerent. Allerdings musst du und muss ich immer noch der menschenrechtliche Gleichheitsgedanke gegen beharrliche Formen rechtlicher wie faktischer Ungleichheit durchsetzen und zwar im Zuge gesellschaftspolitischer Kämpfung nicht Diskriminierung, die immer auch auf Widerstände stößen. Die menschenrechte gedachte Gleichheit zielt dabei nicht, wie oft unterstellt, auf gesellschaftliche Nivellierung und Uniformität ab, sondern im Gegenteil darauf, dass alle Menschen gleichermaßen die Möglichkeit erhalten, ihre je eigenen besonderen Lebensentwürfe für sich und in Gemeinschaft mit anderen in Freiheit zu finden und zu verwirklichen. Also Menschenrechte sollen gerade den Menschen ermöglichen und empowern, ihre eigene Welt anschauen zu leben, ihre eigenen politischen Ansichten zu vertreten, gemäß ihrer eigenen Gender-Identität zu leben, ihre eigenen kulturellen Vorstellungen zu pflegen und so weiter, solange sie dadurch nicht die Rechte anderer ungebürdig einschränken. Entschuldigung. Menschenrechte sind also diversity-friendly. Das Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, in der alle Menschen, so unterschiedlich sie sind, Bedingungen vorfinden und von Anfang an ganz selbstverständlich dabei sind, nicht ausgegrenzt werden und Bedingungen vorfinden, um sich mit anderen gemeinsam selbstbestimmt zu entfalten. Und so gilt es immer wieder, Mechanismen der sozialen Ausgrenzung und auch der strukturellen Diskriminierung aufzudecken und das sowohl in der politischen Praxis als auch in der Menschenrechtsbildung. Und dabei ist es ungemein wichtig, dass die Betroffenen ihre Diskriminierungserfahrung öffentlich artikulieren, wie dies etwa Frauen, Menschen mit Behinderung, LGBTI, Entschuldigung, LGBTI-TU-Personen sowie People of Color im vergangenen Jahren auch deutlich getan haben. Nichts über uns ohne uns lautete das Motto, das bereits die Behindertenrechtsbewegung deutlich formuliert hat. Das heißt aber natürlich nicht, dass nur die Betroffenen über Diskriminierung reden. Die Überwindung der Diskriminierung benötigt immer die gesamte Gesellschaft. Sie benötigt Solidarität, einen gemeinsamen Disturs und ein grundlegendes Verständnis von einer inklusiven Gesellschaft, welche die Diskriminierungserfahrung der Betroffenen und zwar aller Betroffenen ernst nimmt und zugleich einen Gesamtkontext des Ziels einer inklusiven Gesellschaft stellt. Es bedarf also einer Perspektivenverschränkung. Dabei muss immer wieder klargemacht werden, dass durch die Überwindung der Diskriminierung einzelner Minderheiten die gesamte Gesellschaft weiterentwickelt wird. Antidiskriminierungsarbeit hat also ein transformatives Potenzial in Richtung einer insgesamt inklusiven Gesellschaft. Und dabei müssen auch jegliche Austrenzungsmechanismen in gemeinsamen Blick genommen werden. Dazu gehört natürlich auch die soziale Diskriminierung, die nicht unter unser allgemeines Gleichbehandlungsgesetz fällt. Und dazu gehören auch Gruppen, die sich schlecht organisieren können und leicht übersehen werden, wie etwa Wohnungslose, Ausländische, Haushaltshilfen oder Betroffene von Menschenhandel. Und natürlich gehören auch Geflüchtete und Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus dazu. Die Tatsache, dass deren Menschenrechte nicht nur den Herkunfts- und Transitländern, sondern auch an den Grenzen zur Europäischen Union und innerhalb der Europäischen Union massiv verletzt werden, ist menschenrechtlich ein nicht hinnehmbarer Zustand. Und der Rechtsruck in einigen europäischen Ländern lässt es leider unwahrscheinlich erscheinen, dass sich daran etwas in Kürze ändert. Deutlich sichtbar ist dies bei den gegenwärtigen Verhandlungen über ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem. Hinzu kommen so manche Gegenbewegungen gegen Flüchtlingsschutz, gegen Frauenrechte, gegen LGBTI2-Rechte und gegen Antirassismus, die in Europa erstarkt sind. Und umso wichtiger ist es, die Betroffenen von Ausgrenzung und Diskriminierung und ihre Initiativen noch stärker mit Menschenrechtsorganisationen in Austausch zu bringen und zusammenzuführen. Das menschenrechtliche Ziel einer inklusiven Gesellschaft bietet hierfür einen wichtigen Anknüpfungspunkt und auch hier gilt, dem Betroffenen zuzuhören. Also die Kunst des Zuhörens ist gewissermaßen gefragt. Ein letzter Satz zum Schluss. Es ist wichtig, dass die politische Bildungsarbeit die Kontroversen um die Menschenrechte abbildet und sich damit, dass sie sich die Kontroversen abbildet und sich damit konstruktiv auseinandersetzt und die Weiterentwicklung der Menschenrechte auch angemessen nachhält. Manchmal kommt die Menschenrechtsbildung doch recht verstaubt daher. Das gilt natürlich auch für die Frage, wie die Menschenrechte durch große weltpolitische und innergesellschaftliche Transformation und durch artikulierte Unrechtserfahrung herausgefordert werden und inwieweit Menschenrechte zumindest verstanden im Sinne eines kritisch emanzipatorischen Projektes diesen Wandel mit gestanden können. Ich habe da jetzt einige Transformationen beispielhaft genannt und stichpunktartig ausgeführt. Weitere werden wir sicherlich hier noch nennen, gewiss auch Postolinarismus und andere Transformationen, die wichtig sind für Menschenrechte und Menschenrechtsbildung. Soweit erstmal. Vielen Dank. Genau, wir starten jetzt in den sogenannten Polylog, vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu diesem Begriff, der ist mir zum, oder ich habe ihn zum ersten Mal aktiv mitverwendet bei einer Veranstaltung des Netzwerks Rassismuskritische Schulpädagogik und da war die Idee, dass es eben statt Dialog Polylog heißt, also keine besonders kontroverse Podiumsdiskussion unbedingt entstehen soll, sondern einfach verschiedene Perspektiven zu hören und aufeinander eingegangen werden sollte. Genau, den Begriff fanden wir für die jetzige Runde auch sehr angemessen. Wir werden, wie am Anfang angekündigt, im ersten Teil unter uns fünf Personen, die stelle ich gleich auch nochmal vor, sprechen und nach 30 Minuten stoppen wir die Videoaufzeichnung und öffnen dann die Runde für allgemeine Fragen, dass die Hemmschule dann vielleicht nicht mehr so groß sich zu melden und sie können, das sage ich aber auch nochmal an, entweder im Chat oder auch über die Zoom-Handfunktion sich melden, um dann auch Kommentare oder Fragen mit den PanelistInnen anzusprechen. Ich würde jetzt die Vorstellungsrunde noch in alphabetischer Reihenfolge kompletieren, an dem Polylog neben Teil außer Michael Brennerich noch Mohammed Juni. Er hat die politische Selbstorganisation Jugendliche ohne Grenzen mit aufgebaut und setzt sich unter anderem als Vorstand des Bundesfachverbandes unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für die Rechte von jungen Beflüchteten ein. Er ist Dozent Referent politischer Bildung Diversity and Empowerment Trainer mit den Schwerpunkten Antidiskriminierung, Antirassismus, Empowerment, Partizipation, Kinderrechte, Flucht und Migration. Mohammed, schön, dass du da bist. Wämmig auf. Ja. Als nächste in der Runde folgt alphabetisch dann Nibelita Praschat. Sie war Anfang der 1990er Jahre maßgeblich daran beteiligt Women of Color Spaces, also Räumlichkeiten, Räume, Sprechräume in Deutschland dafür zu etablieren und ist seit 2013 Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin, hat unter anderem die Studiengangsleitung für den Masterstudiengang Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession inne, aber auch eine Schwerpunktprofessur für Gleichstellung, Diversität und Antidiskriminierung und ist wie Michael Krennerich sowohl Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Menschenrechte als auch Critical Friend des Projekts und hat auch diesen Begriff in der anderen Runde vorgeschlagen, den Begriff des Critical Friends statt Beiratsmitglied. Nita, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Dankeschön. Und dann die nächste in der Runde ist Beate Rudolf. Sie ist seit 2010 Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte und gelehrt zuvor als Juniorprofessorin für Öffentliches Recht und Gleichstellungsrecht am Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin und zwar mit den Forschungsschwerpunkten, die sie auch immer noch natürlich verfolgt, Grund- und Menschenrechte sowie Staatsstrukturprinzipien nach Völkerrecht, Europarecht und deutschem Verfassungsrecht. Beate, schön, dass du auch da bist. Ich freue mich auch, danke. Genau, ich würde jetzt in der allerersten Runde erstmal fragen, ob ihr spontane Reaktionen und Gedanken zum Impulsvortrag habt, die ihr gerne loswerden möchtet. Genau, ich muss euch jetzt in den Kacheln so ein bisschen suchen beziehungsweise vielleicht versuche ich euch mal anzuheften. Genau, ihr könnt das Mikro gegebenenfalls auch offen lassen und reinsprechen oder genau. Naja, vielleicht doch kurz von meiner Seite, die gute und schlechte Nachricht. Also es war ja so, dass im Vorfeld habe ich mir natürlich auch Gedanken um all diese Begrifflichkeiten gemacht und war sehr gespannt, Herr Brennerich, in welche Richtung Sie gehen würden und das Beruhigende ist, es war jetzt nicht sehr anders als das, was ich mir gedacht hatte und da bin ich irgendwie ganz erleichtert natürlich, weil ich sie für den klügelnden Menschen halte. Die schlechte Nachricht ist aber, dass ich denke, oh je, habe ich jetzt so viel Neues beizutragen. Also das ist so ein bisschen, aber, also wie gesagt, eine gute und eine schlechte Nachricht und sehr spannend fand ich am Ende so diese, Sie hatten ja fast auf jeder Folie diese Übertragung, also von so Brücken zu bauen und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die politische Debatte über die Klimaaktivistinnen angucke, also diese Überprüfung, ob sie terroristische Vereinigung ist und so weiter, ist es eigentlich naheliegend an die Menschenrechtsverteidiger innen zu denken. Darauf war ich bisher nicht gekommen. Also deswegen, das fand ich ganz spannend, so diese Brücke am Ende nochmal zu sehen, weil es so ein bisschen in die Richtung geht, was ich mir so als roten Faden für die Diskussion vorgenommen hatte, nämlich zu sagen, also wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Neues, sondern wir brauchen neue Auslegungen und für mich war das eine ideale, sehr praktisch, handhabbare, quasi Neuauslegung zu sagen, je nach Begriff, also ich kann von Klimaklimmern sprechen, ich kann von Terroristinnen sprechen, ich könnte aber auch von Menschenrechtsaktivistinnen sprechen und es könnte dieselbe Gruppe sein, aber in dem, wie ich sie bezeichne, habe ich eine ganz andere Grundidee davon, aber in dem Moment, wo ich sie als Menschenrechtsverteidigerin beachte, haben sie auch einen ganz anderen Schutz. Aus dem Teil fand ich wirklich sehr spannend. Dank so viel erst mal mit mir. Ja, ich habe auch einen spontanen Impuls auch zu dem, was Sie durchgeführt haben. Ich habe dann irgendwie auf einigen der letzten Folien, da ging es ja auch um die Sichtbarkeit von Vielfalt und das haben Sie noch mal gut erläutert, dass es da absolut wichtig ist, auch nicht nur die Sichtbarkeit von Vielfalt, weil dann enden wir tatsächlich irgendwie, dann reduzieren wir Vielfalt auch ganz oft auf Reproduktion und das auch Repräsentation und das macht ja auch zum Beispiel, also die Polizei zumindest in Berlin bemüht sich ja absolut um Repräsentation und Vielfalt und Diversität und hat auch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kampagne zum Beispiel in den letzten drei Jahren zur Anwerbung von arabischstämmigen, türkeischstämmigen Auszubildenden bei der Polizei bemüht und das sehen wir aber auch ganz oft, sei es irgendwie im Hochstuhlkontext, sei es irgendwie in Unternehmen auch, dass es da, also ich habe, ich habe kein, kein Fernsehen zu Hause, aber wenn man irgendwo unterwegs ist im Hotel und man guckt irgendwie abends so Privatfernsehen, also das, das ist, da ist ja so wie eine Repräsentation inzwischen, also so, also sei es irgendwie von queeren Menschen, sei es irgendwie von Personen auch in Werbung, in Filme, das ist, das ist so wie, und trotzdem bewegt sich ja die Gesellschaft, was Gerechtigkeit angeht, sehr, sehr wenig, da ist zum Teil Werbung und private Unternehmen sind da viel, viel fortgeschrittener und deswegen fand ich es nochmal wichtig, dass sie nochmal betont haben, dass es bei der Inklusion auch natürlich auch darum geht, auch das Einbeziehen von Diskriminierungserfahrungen, von Machtstrukturen, sonst enden wir tatsächlich bei Repräsentation und dann haben wir einen schwarzen US-amerikanischen Präsidenten, aber wir haben trotzdem irgendwie Drohenkriege und Menschenrechtsverletzungen, wir haben zurkeischkämige Heimleiterinnen in geflüchteten Unterkünften und trotzdem sind diese Unterkünften Plätze der Menschenrechtsverletzungen etc. und das war mir wichtig nochmal zu betonen. Danke auch dafür. Ja, dann schließe ich mich an, auch erstmal mit einem ganz herzlichen Dank, ich fand das einen großartigen Überblick und ich fand es besonders schön, also einerseits das Brückenbauen aufzuzeigen, andererseits aber auch nochmal zu differenzieren zwischen menschenrechtspolitischen Dimensionen und menschenrechtsdogmatischen, weil damit nochmal deutlich wird, einerseits muss man natürlich über die Inhalte von Menschenrechten sprechen und das ist auch Teil natürlich eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses, also Menschenrechtsdogmatik ist nicht nur was, was man sozusagen im Kämmerlein macht, sondern ist etwas, was auch Teil der politischen Debatte ist und gleichzeitig menschenrechtspolitisch eben drauf zu schauen, dann konkreter zu sagen, was sind eigentlich für Handlungsnotwendigkeiten da. Um Nivedita Prasadz Formulierung zu verwenden, das ist vielleicht die gute Nachricht, die schlechte ist, ich hatte, was ich gehört habe, was ich auch teile, nicht nur, weil ich Juristin bin, ist zu sagen, wir brauchen, die Herausforderung ist, tiefer auch einzusteigen in tatsächlich auch rechtliche Auseinandersetzungen über Menschenrechte und zwar gerade auch über die Grenzen von Menschenrechten. Um das mal verkürzt zu sagen, was wir in der Corona-Pandemie gesehen haben, war ja ein unterkomplexes Verständnis von Menschenrechten, was oft vertreten wurde. Also einfach zu sagen, hier ist meine Freiheit eingeschränkt worden, das ist schon eine Verletzung und wenn man eben rechtlich dogmatisch genau hinschaut, ist nicht jede Einschränkung eine Verletzung, sondern die Frage ist genau, ist die eigentlich gerechtfertigt, es sei denn, wir sind im Bereich der absoluten Menschenrechte wie dem Folterverbot oder dem Sklavereiverbot und dann sind wir durchaus, du hast Michael den Begriff eben der Schranken genannt, also in der Frage, was ist eigentlich, was ist zulässig, aus welchen Zwecken und ist das verhältnismäßig und da sind wir in der Tiefe juristischer Diskussion, aber und das ist vielleicht wieder die gute Nachricht, auch die juristische Debatte ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern ist etwas, was wir aber in der öffentlichen Debatte einfordern müssen und auch vertreten müssen und das ist dann eben auch etwas, wozu Menschenrechtsbildung befähigen muss und was eben im Austausch mit den anderen, die du als Brücken, also die anderen Bereichen, in die du die Brücken gesehen hast, geschehen muss. So viel vielleicht erstmal von mir vorab. Danke, weil der Begriff jetzt zum zweiten Mal gefallen ist, vielleicht nochmal genau die Schranken und die Schranken Schranken, gibt es da vielleicht die Chance, das anhand eines Beispiels nochmal deutlich zu machen für diejenigen, die nicht so juristisch tief bewandert sind, also wenn ich beispielsweise demonstriere und auf der Demonstration es zu Gewalt kommt, ist es natürlich ein legitimer Eingriff, dass möglicherweise die Demonstration oder die Versammlung geschlossen wird, aufgelöst wird. Das wäre sozusagen ein Eingriffszweck, der legitim sein muss, das heißt, er muss auch einer gesetzlichen Grundlage erfolgen, er muss ein legitimes Ziel verfolgen, in dem Fall die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutzes, er muss mit Mitteln erfolgen, die verhältnismäßig sind und zielgerichtet sind. Verhältnismäßig wäre, dass man da jetzt nicht direkt gleich mit, wie das ja in einigen Ländern leider stattfindet, sofort mit, sogar schießt oder sofort zum kreizischen Maßnahmen führt. Das wäre völlig unverhältnismäßig. Die Schranken-Schrank-Problematik betrifft genau das. Und das Problem bei vielen Autokraten ist, dass sie sagen, naja, schaut an, wir versuchen doch auch nur Terroristen zu bekämpfen, wir versuchen auch, wenn es dazu zu Gewalt kommt oder zu Demonstrationen kommt, haben wir legitime Eingriffszwecke. Das Wichtige ist, dass diese Diskussion völlig vordergründig ist und man muss schauen, wann tatsächlich ein Eingriff noch rechtmäßig ist. Und das nennt man dann tatsächlich die Schranken-Schranken-Problematik. Also die meisten Menschenrechte sind nicht absolut, wie das Folterverbot oder Islamereiverbot. Das heißt, man kann unter bestimmten Bedingungen Ausnahmebestimmung eingreifen, dies muss aber nach rechtsstaatlichen Prinzipien erfolgen. Und vielleicht, weil ich finde, einer der Probleme in der Menschenrechtsdebatte ist, dass wir immer Beispiele nehmen von außerhalb von Europa, um Menschenrechtsverletzungen darzustellen. Ich würde gerne die Aufmerksamkeit nach Berlin bringen, letzte Woche, wo es ja wirklich mehrere Hausdurchsuchungen gegeben hat bei Klimaaktivistinnen, wo ja genau dieser Vorwurf laut geworden ist. Ist es verhältnismäßig? Ist es gerechtfertigt? Also da müssen wir gar nicht nach autokratischen Staaten gucken. Und eine ähnliche Debatte gibt es um die sogenannte ErdbusterInnen. Das sind Leute, die eben Werbeplakate verändern für eine soziale Botschaft, Materialwerte 1 Euro. Also man würde sagen, ich hoffe doch sehr, auch im Sinne einer Steuerzahlerin, dass die Staatsgewalt nun bei 1 Euro Sachschaden nicht losgeht. Wir wissen aber, dass es in Berlin Verfahren gegeben hat gegen ErdbusterInnen, wo es genau um diesen Vorwurf geht, zu sagen, es ist nicht mehr verhältnismäßig. Also das, was der Staat hier macht, ist politisch gewollt und politisch gefährdet und steht eigentlich in kein Verhältnis zu der eigentlichen Tat. Und damit kommen wir zu einem der Hauptproblematiken aus meiner Sicht in diesem Diskurs um Menschenrechtsverletzungen. Ich fände es fatal, wenn wir die Diskurs um Menschenrechtsverletzungen in einer Weise führen, dass der Eindruck entsteht, Menschenrechtsverletzungen finden nur woanders statt. Also das, vielleicht nehme ich jetzt eine Frage vorweg, weil das, also am Ende kommt ja die Frage, was sind die Hausworte von Menschenrechtsbildung und ich finde genau das spannend, bei Menschenrechtsbildung auch zu gucken, nach Beispielen, natürlich jetzt nicht nur nach Deutschland, dann werden wir ja sehr provinziell werden, aber schon vor allen Dingen, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, schon auch sehr bewusst die Nabelschau zu betreiben, weil das ist ja einer der Vorwürfe an den Menschenrechtsdiskurs, dass wir uns eben nur die Menschenrechtsverletzungen im Außen angucken und nicht im Innen. Wenn ich mich da entschuldigen darf, ich hatte versucht, ein besonders krasses Beispiel zu finden, weil an krassen Beispielen kann man was darstellen, aber vollkommen d'accord, also wir müssen schauen, was die Menschenrechtssituation auch in Deutschland ist, wenn wir kohärent auch nach außen hin Menschenrechtsförderung betreiben wollen. Das ist also völlig ein Verständnis. Ja, und vielleicht, wenn wir uns tatsächlich den Kontext von Flucht und Migration anschauen, das ist ja durchzogen von Menschenrechtsverletzungen, sowohl im Herkunftsland, sei es irgendwie durch Menschenrechtsverletzungen, sei es irgendwie durch Kriege, sei es durch Verwüstungen auch, zunehmend irgendwie Umweltverschmutzungen, die auch in unmittelbarer Nähe sind zu unserem Konsumverhalten auch, sei es irgendwie die Überfischung von bestimmten Gebieten. Dann die Flucht ist auch ganz, ganz oft natürlich von Menschenrechtsverletzungen auch, also auch Migration und Flucht wird ja auch in der Regel, so wie Sie auch angesprochen haben, diese Kriminalisierung von Menschenrechtsverteidigerinnen, das ist ja auch im Kontext von Flucht absolut vorhanden. Wir haben auch die Kriminalisierung von Flucht und von Migration, die Kriminalisierung von Fluchthelferinnen, etc. Und dann kommen die Menschen in Deutschland an und dann geht es ja erst recht weiter mit den Menschenrechtsverletzungen, sei es irgendwie, dass Datenschutz plötzlich irgendwie im Kontext von Flucht gar keine Rolle mehr spielt. Die Handys von Betroffenen werden ohne Ausnahme und ohne Genehmigung ausgelesen. Jede Privatsphäre wird dann nicht mehr geschützt. Wir haben die Unterkünfte, wo es zu tagtäglichen Menschenrechts, Kinderrechts, Frauenrechtsverletzungen irgendwie kommt, Trennungen von Familien. Wir haben die Unterfinanzierung von Beratung, von unabhängiger Beratung und auch die Kriminalisierung von Vereinen, von Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Immer wieder, wo nicht klar ist, können solche Projekte wie zum Beispiel in Berlin, im BBZ, die ja seit über 20, 25 Jahren Beratungsarbeit machen und auch tatsächlich seit 25 Jahren von Jahr zu Jahr nochmal neu planen. Es gibt keine Planungsfähigkeit, weil auch die Prekarisierung und die Kriminalisierung und bestimmte rassistische Mediendiskurse ja auch dazu führen, dass es keine stabile Finanzierung gibt von Unterstützung für Geflüchtete. Ja, danke auch für die Ausführungen nochmal. Okay, das Screensharing sollte, glaube ich, nicht passieren jetzt gerade. Genau, ich versuche trotzdem einfach mal weiterzumachen und hoffe, dass irgendjemand das Problem lösen kann. Ich wahrscheinlich im Zweifelsfall selbst, genau. Ja, danke für die Bemerkung und ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ist auch schon so ein bisschen aufgekommen, welche Themen euch vor allem beschäftigen. Ich frage trotzdem nochmal nach dem Begriff der Transformation. Das kann sein, dass euch bestimmte Transformationsprozesse vielleicht besonders nochmal beschäftigen in euren Kontexten. Die Idee des Polylogs auch nochmal die unterschiedlichen Kontexte und die Perspektiven, die daraus kommen, hervorzuheben. Oder vielleicht auch, die Frage hatte Nita noch zwischendurch gestellt, was ist euer Verständnis von Transformationen? Gibt es da was, was für euch offen liegt, wo ihr sagt, okay, das ist ein Prozess, der mich in meinem Kontext gerade als allererstes beschäftigt. Das kann aus der Liste sein, die Michael schon vorgelegt hat, aber vielleicht auch, wir haben ja eine bewusst, eine offene Liste gemacht. gibt es noch einen Transformationsprozess, der vielleicht noch nicht genannt wurde, der in eurem Kontext aber eine wichtige Rolle spielt. Genau. Und wenn das beides nicht, ihr kommt aus unterschiedlichen Professionen, wie geht ihr mit dem Transformationsbegriff um? Was bedeutet das für euch? Was transformiert sich da in was? Vielleicht kann ich ja doch wieder anfangen, weil die Liste ist sehr lang und deswegen habe ich aus Gründen der Fokussierung mir drei Punkte herausgenommen und beruhigenderweise kamen fast alle Punkte auch schon mal vor. Aber ich glaube, wichtig ist, sich klarzumachen, also aus meinem Verständnis, und ich glaube, das hat auch Hans Joyce mal geschrieben, dass Menschenrechte eigentlich schon ein Ergebnis eines Transformationsprozesses sind und dass wir das nicht vergessen dürfen, weil das passiert immer wieder, dann dieser Begriff des Living Instruments, den hatte eben Michael Krennerich auch benutzt und ich würde das vielleicht auch übersetzen in so etwas wie Entwicklungsoffenheit und ich finde, die Menschenrechte in sich haben ja mehrere Mechanismen oder beinhalten mehrere Mechanismen, die ein Transformationspotenzial haben. Ich nehme das nur in zwei Beispielen. Das eine sind die Individualbeschwerden, die sehr viel zu konzeptioneller Klarheit beitragen und das andere sind die General Comments oder die General Recommendations, die eben wirklich sehr, sehr alte Dokumente immer wieder updaten. Das heißt, eigentlich ist sehr viel vorhanden. Die schlechte Nachricht ist aber wiederum, dass sehr wenig Menschen das wissen. Ich mache das an einem ganz banalen Beispiel deutlich. Studierende sind manchmal ganz enttäuscht, wenn sie CIDOR lesen, also die Frauenrechtskonvention und sagen, die ist ja vielleicht ein bisschen altmodisch, da kommt der Begriff Gewalt gegen Frauen nicht vor. Sie haben recht, aber was sie nicht wissen ist, dass es eine General Recommendation oder mehrere gibt, die diese Konvention quasi nachinterpretiert haben. Und ich finde, da könnten wir noch ein bisschen mehr fokussieren darauf, dass das Transformationspotenzial der Menschenrechte sichtbarer zu machen und wie gesagt, ob bei Individualbeschwerden, ich bin ein Fan von manchen Individualbeschwerden, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, was CIDOR entschieden hat in diesem Spannungsfeld zwischen Umgangsrecht und Gewaltschutz von gewaltbetroffenen Frauen, da gibt es zwei sehr, sehr maßgebliche Entscheidungen, die CIDOR getroffen hat, die konzeptionelle Klarheit geben, aber die wenigsten kennen das. Also ich glaube, das wäre mein Einpunkt, tatsächlich zu gucken, also das Transformationspotenzial der Menschenrechte wirklich besser zu vermarkten vielleicht tatsächlich, also wirklich zu gucken, was gibt es da und warum ist darüber so wenig bekannt. Und auf der inhaltlichen Ebene, den Einpunkt hat Beate Rudolf schon angesprochen, sind Menschenrechte im digitalen Raum. Das finde ich wirklich eine Herausforderung und das jetzt zusammengedacht, zum Beispiel im Kontext von geschlechtsspezifischer Gewalt. Also du hattest das Beispiel Beate von Hassrede, die theoretisch ja alle Menschen betreffen können. Wir wissen aber, dass Frauen, Transpersonen, behinderte Personen und People of Color über Gebühr verletzt werden, online, das ist ein großes Problem, aber auch quasi geschlechtsspezifische Gewalt im sozialen Nahraum hat eine digitale Komponente. Also da finde ich, haben wir ein großes Thema, wie kann man das nochmal übersetzen bei dem Bereich und damit höre ich dann da auch gleich auf, der Bereich Rassismus, Migration, finde ich, ist ein sehr, sehr großer Bereich, der auch sehr viele neue Auslegungen braucht und zwar einfach die Anerkennung von verschiedenen Formen von Rassismen im Sinne der Sensibilisierung. Ich erinnere nochmal dran, dass unsere aller Innenministerin, Nancy Faeser, vom halben Jahr zu diesem, es gab eine Polizei, eine Polizeihandlung, sagen wir es mal so, in Berlin, wo eine syrische Familie morgens um sechs quasi geweckt wurde und so weiter. Da sind so Sätze gefallen, Triggerwarnung, ich muss die aber wiederholen, damit klar ist, was ich damit meine, sowas wie in unserem Land müsst ihr euch benehmen und so weiter. Und Nancy Faeser, unser aller Innenministerin, konnte kein Rassismus darin erkennen. Und dann haben wir ein Problem, weil sie ist ja nicht nur die Innenministerin von deutschen Menschen, sondern auch von mir. Also wir brauchen wirklich, also das meine ich wirklich ernst, also eine Anerkennung von verschiedenen Formen von Rassismen auf aller oberste Ebene, weil damit sich eben auch bestimmte Diskussionen verändern. Dazu gehört aber auch die unterschiedliche Bewertung von unterschiedlichen Formen von Rassismus. Also ich finde, wir können sehr viel lernen von dem Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland. Finde ich wirklich, dass wir da viel lernen können. Ich würde aber sehr gerne sehen, deutlich mehr davon auch beim antimuslimischen Rassismus, was aus meiner Sicht auch häufig ausfällt. Dann die Rechte von asylsuchenden Personen, diese Ungleichbehandlung von unterschiedlichen Herkunftsländern, aber auch die Ausfüllung von menschenrechtlichen Mindeststandards und die Situation von Menschen ohne Papiere hatten Sie, Herr Grennerich, ja auch schon angesprochen. Das heißt also, jetzt wirklich nur aus Gründen der Fokussierung, würde ich sagen, in dem Bereich Gewalt gegen, geschlechtsspezifische Gewalt, der Bereich digitale Gewalt, bei dem Bereich Rassismus, eigentlich Rassismen, bei dem Bereich Migration, sich eben die asylsuchende Personen und der Lebenssituation anzugucken, aber eben auch das Transformationspotenzial der Menschenrechte auf das zu fokussieren. Dankeschön. Gibt es noch Ergänzungen aus der Runde, einen Moment? Ich nochmal, also wir haben, oder es gibt, es gibt nach wie vor, gibt es die Tendenzen, auch Menschenrechtsbildung dafür zu nutzen, also sie in Integrationsarbeit einzubinden. Das heißt, wir haben, wir haben das Phänomen, dass so Sexismus wird migrantisiert, Queerfeindlichkeit wird migrantisiert, Antisemitismus, und das ist auch eine sehr perverse, ein sehr perverses Phänomen, also Antisemitismus, der ein Kind irgendwie von Deutschland ist, wird migrantisiert, wird muslimisiert oder so, und das verhindert ganz oft, diese Diskurse verhindern auch ganz oft tatsächlich auch gute Auseinandersetzungen, und das führt auch ganz, ganz viel dazu, also ich arbeite ganz viel mit Jugendlichen auch, und das führt auch dazu, dass Jugendliche zum Beispiel auch ihre Herkunft, zum Beispiel ihre Herkunftsreligion, Kultur, Kulturen, Passionen auch sehr, sehr romantisch betrachten, und dass die Diskurse sehr, sehr oft in Abwehr stattfindet, das heißt, es gibt keine eigenen Diskurse, es gibt keine eigenen Punkte, keine eigenen Inhalte, sondern es passiert ganz, ganz oft in Reaktionen auf diese Diskurse und auf dieses Outsourcing von Diskriminierung und von menschenrechtsverachtenden Diskursen. Was aber ganz oft irgendwie stattfindet, zum Beispiel in Empowerment-Räumen, dass wir da jetzt nicht eine Idee haben von Menschenrechtsbildung als Integrationsarbeit, oder wir machen Menschenrechtsbildung als Zivilisierung von Geflüchteten, weil sie ja das brauchen, sondern in Empowerment-Räumen findet genau das statt, dass zum Beispiel gerade Jugendliche auch eine kritische Haltung bekommen, auch zu ihren Herkunftsländern, sie setzen sich kritisch und auch positiv mit ihren Herkünften auch aus den Händen. Es finden Diskussionen statt, die in der Dominanzgesellschaft so nicht möglich sind, die in Schule zum Beispiel absolut nicht möglich sind. Also ich erfahre zum Beispiel, dass Jugendliche in solchen Empowerment-Räumen oder in Training sagen, in Schule weiß ich ganz genau, was ich gehört und was ich dann auch sagen muss, aber ich diskutiere in Schule nicht. Weil dann weiß ich, sobald ich das sage, sagen, ja, du sagst das wegen deiner Herkunft. Das heißt, all ihre Aussagen werden kulturalisiert, werden aus einer muslimischen Brille betrachtet und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, auch zu verstehen, was passiert in Empowerment-Räumen, was sonst nicht möglich ist und wie können diese Empowerment-Räume dazu führen, dass eigene Diskursen stattfinden. Und wir haben auch ganz oft zum Beispiel in der Dominanzgesellschaft werden zum Beispiel wütende Jugendliche problematisiert, aber nicht der Rassismus wird problematisiert. Das heißt, es gibt also sowas wie in der Jugendhilfe ist Wut absolut tabu. Aggressionen sind tabu. Trauerarbeit ist ganz oft nicht möglich und das passiert ganz oft in Empowerment-Räumen. Da hat Wut seinen Platz, da hat Aggression auch seinen Platz und wir versuchen in diesen Räumen Wut, Aggression, Trauer auch zu kanalisieren in Transformationsprozessen, in solidarischen Prozessen, also auch um klarzumachen, ja, wie sollst du nicht aggressiv sein in einer so aggressiven Umwelt? Wie sollst du nicht wütend sein in so einer wütend machenden Umgebung? Und ich glaube, diese Potenziale von Empowerment-Räumen werden sehr oft unterschätzt oder sind gar nicht auf dem Schirm. Es gibt unheimlich viel Geld und Ressourcen für Sensibilisierung von Weißen, für Rassismus zum Beispiel, aber es gibt kaum oder gar keine Ressourcen für Empowerment-Räume, weil tatsächlich auch die Idee ist, Menschen aus der Dominanzgesellschaft haben in diesen Räumen auch nichts zu suchen. Sie sind auch nicht präsent da. Das heißt, sie verlieren auch Teil ihrer Kontrollmöglichkeit über diese Räume und damit sehen sie auch ganz oft die Sinnhaftigkeit darin nicht. Aber sie haben ihren Sinn, wir müssen das nur verstehen. Ja, danke noch für die Ergänzung. Dann genau. Ich würde auch gerne noch auf ein paar Punkte hinweisen. Also bei den Themen von Transformationsprozessen, Flucht ist jetzt schon mehrfach genannt worden. Was mich dabei ganz besonders beschäftigt, ist, dass wir beobachten, dass die Menschenrechte ganz grundsätzlich infrage gestellt werden in diesem Bereich. Das erleben wir, dass es ausdrücklich passiert. Es passiert aber auch versteckt oder versteckter, wenn vermeintlich sozusagen vernünftige Lösungen erwogen werden und dabei dann letztlich die Position verstärkt wird, dass Menschen, die Schutz suchen, ferngehalten werden müssen. Also das heißt, dass sie keinen Schutz verdienen, dass sie nicht mal verdienen, dass man prüft in einem fairen individuellen Verfahren, ob sie ein Recht auf Schutz haben. Und wir erleben die, gerade die Festung Europa, das Sterben im Mittelmeer beispielsweise, aber auch Pushbacks an den Außengrenzen, sind Maßnahmen, die in meinem Verständnis die Menschenwürde selber angreifen. Denn hier werden Menschen zum Instrument gemacht. Es wird gesagt, Seenotrettung im Mittelmeer kann man nicht betreiben in der Weise, dass man Menschen auch nach Europa bringt, weil dann kommen ja noch mehr. Das ist genau das, was gemeint ist, damit zu sagen, ein Mensch wird zum Zweck gemacht, nämlich, dass er oder sie eben sterben gelassen wird, damit andere abgeschreckt werden, zu kommen. Also das ist etwas, ich glaube, die Normalisierung dieser Position, die dann letztlich Menschenrechte ganz grundsätzlich infrage stellt, wenn die Menschenwürde von Schutzbedürftigen nicht mehr gesehen wird. Das Thema Klima ist eines, das ist schon genannt worden. Ich würde gerne noch den Aspekt dazu bringen, dass es bei der Frage von Klimakrise auch darum geht, jetzt im Kontext von Menschenrechtsbildung über zivilen Ungehorsam zu sprechen, also zu fragen, was ist ziviler Ungehorsam, was sind sozusagen die Rahmenbedingungen, bis hin dazu, dass es dazu auch gehört, dass man die Bestrafung in Kauf nimmt, die die Rechtsordnung vorsieht. In Klammern, ich bin durchaus kritisch gegenüber der Rechtsprechung zu der zweiten Reihe Rechtsprechung, also dass man, wenn man sich vor ein Auto setzt, zwar nicht den ersten Autofahrer nötigt, weil man nur ein körperliches Hindernis stellt, aber das Auto dahinter, das ist ja der Autofahrer, die Autofahrerin wird genötigt, weil dazwischen ein anderes Auto steht. Also ich sage da gerne amerikanisch, dass ein Argument that only a lawyer's mother could love, also wirklich etwas, was eine Argumentation ist, die also hochproblematisch ist. Also wir müssen darüber sprechen, was ist eigentlich Gewalt, Verhältnis Gewalt, ziviler Ungehorsam und das ist etwas, aus meinem Verständnis, ein Teil von Empowerment ist, auch zu sagen, was ist denn, was kann man tun, was muss man in Kauf nehmen, aber eben auch, wie kann man damit umgehen, dass eben zivile Ungehorsam kriminalisiert wird in einer Weise, als ob es schwere Gewalttaten seien, wie sie eben kriminelle Vereinigungen, die wir sonst vor Augen haben, begehen. Und letztes möchte ich noch nennen, das ist im Chat auch schon genannt worden, das fand ich sehr gut, das ist nämlich die Frage Transformationsprozesse in Bezug auf Menschen mit Behinderungen, weil es da darum geht zu sagen, wir haben eigentlich, wir haben klare menschenrechtliche Vorgaben, Abschaffung etwa von Einrichtungen, also dass Menschen frei wählen können, wo sie wohnen, individuell wohnen können, dass sie bei der Gesundheitsversorgung eben auch zu Hause versorgt werden können, dass sie das Recht haben, das zu wählen. Und was wir in dem Bereich sehen, und Michael Krennrich hat das auch angesprochen, ist, dass hier Widerstände sind, die auch aus verfestigten Strukturen kommen, weil diejenigen, die Einrichtungen betreiben, sich gar nicht vorstellen können, wie die Transformation aussehen kann. Und weil beispielsweise auch im Bereich der Schule, der inklusiven Bildung, Eltern es also unglaublich schwer erleben, ihre Kinder inklusiv unterrichten, zu lassen, dass sie nicht die Beratung bekommen, die sie brauchen. Also da haben wir sozusagen festsitzende Vorurteile und Erfahrungen und Interessen. Und das heißt, das ist etwas, was wir auch im Kontext von Menschenrechtsbildung bearbeiten müssen. Wie kann es gelingen, auch hier Brücken zu bauen, zu denen, die ja, wenn sie Einrichtungen betreiben, eben auch nur das Beste wollen für Menschen mit Behinderungen. Wie kann man dazu beitragen, dass auch da menschenrechtliche Anforderungen verstanden und verinnerlicht werden? Danke dafür. Genau, wir sind von der Zeit her, haben wir noch nicht mal die Hälfte der Fragen, die ich vorbereitet hatte. Genau, Michael meldet sich noch und ich hätte noch eine Abschlussfrage an euch, bevor wir dann die Aufnahme tatsächlich stoppen und Fragen von allen Teilnehmenden, ein paar sind ja schon im Chat gekommen, aufnehmen können. Eine Abschlussfrage, wirklich nur einen Satz und genau, Michael darf zwei Satze sagen, weil er sich gerade noch gemeldet hat. Michael hat so ein bisschen gesagt, manchmal ist die Menschenrechtsbildung ein bisschen verstaubt. Habt ihr eine kreative Idee? Was wäre euer einer Punkt, wie Menschenrechte, Menschenrechtsbildung auf die Transformationsprozesse so eingehen kann, dass es weniger verstaubt wird? Genau, ich gebe zuerst ab an Michael, damit er die eine Frage noch unterbringen kann oder den Kommentar, weshalb er sich gemeldet hat. Ja, ich kann es kombinieren. Also das Erste mit dem Kommentar ist erst mal, also erst mal, wie Beate sagt, also es ist bedenklich, dass Menschenrechte so leichtfertig auch zum Teil dann ab in Frage gestellt werden. Also wenn ich den Spahn anhöre und er sagt, man muss sich vielleicht doch nicht an die Europäische Menschenrechtskonvention halten, dann verstehe ich nicht, dass das einer, der mal Minister war und eine führende Position der CDU hat, sich so verfassungs- und menschenrechtswidrig sozusagen äußert auch. Interessant finde ich auch, und das ist auch eine Herausforderung, dass sich auch Gruppen auf Menschenrechte beziehen, die sich eigentlich nicht darauf beziehen dürfen, weil sie, also wenn die, um es mal konkret zu machen, wenn sich die AfD auf Menschenrechte bezieht, dann bekomme ich immer meine Probleme damit, weil wenn man sich auf Menschenrechte beruft, auf die eigenen Menschenrechte beruft, dann muss man immer akzeptieren, dass alle anderen Menschen gleichwertig und gleichberechtigt, auch sich auf Menschenrechte beruhen. Und es gibt eine Reihe von Gruppen, Rechtegruppen, die genau dies nicht tun. Und ich glaube, da muss man auch dagegen halten. Wir haben hier in Nürnberg beispielsweise eine Demonstration von Verschwörungstheoretikern, die gehen da immer durch die, durch die Straßen und schreien für die Menschenrechte und nennen das auch Menschenrechtsdemonstrationen. Das ist natürlich hochproblematisch, wenn der Begriff dann so missbraucht wird, nach dem Motto, wir haben ein Recht auf Meinungsfreiheit, aber wenn dann jemand, ein Journalist dann kritisch darüber berätet, kriegt er eins, wird er sozusagen bedroht oder und so weiter. Also dieses Verständnis, das sind unsere eigenen Rechte, aber nicht bereit, an die Rechte anderer auch gleichberechtigt und gleichwertig, die anderen Menschen zu sehen. Ich glaube, da muss man ein bisschen dagegenhalten, damit die Menschenrechte nicht wirklich auch so ein, sie neigen ja ohnehin dazu, gerne missbraucht zu werden und instrumentalisiert zu werden politisch, dass man dem mit einem klaren Verständnis von Menschenrechten auch entgegentritt. Und das betrifft auch die Menschenrechtsbildung. Eine kleine Sache noch zur Menschenrechtsbildung, was auffällt in der Menschenrechtsbildung, mir immer wieder auffällt, dass wir in der Menschenrechtsbildung auch vorrangig die moralischen Dimensionen der Menschenrechte in den Blick nehmen, also in unserem zwischenmenschlichen Zusammenleben. Und da manchmal das Verhältnis zwischen jenen, die die Macht innehaben, auf verschiedener Ebene Macht innehaben, und jenen, die das ja unterworfen sind, also dass dieses Verhältnis, was ja eigentlich der zentrale Punkt für Menschenrechte ist, teilweise vernachlässigt wird, sodass die Menschenrechtsbildung unpolitisch wird, depolitisiert wird. Letztendlich geht es um Machtasymmetrien, die die Menschenrechte angehen müssen, und nicht nur, dass wir uns gegeneinander liebt sind oder tolerant sind. Das heißt also, die Gefahr, dass man auch Menschenrechte mit individuellen Werten, die zwischen uns gelebt werden, nur darstellt. Also natürlich ist es wichtig, dass wir diese Werte haben und die Menschenrechte auch in der Kultur haben, in dem Leben, aber sie haben eine ganz eindeutige politische Dimension und auch eine transformative Funktion, wie Frau Brasch hat richtig gesagt, oder eindrucksvoll gesagt hat. Das heißt also, und das kommt mir manchmal in der Menschenrechtsbildung zu kurz. Das heißt also, weil man dann halt die Leute abholen will in ihrem Tagesgeschäft, redet man dann über, im Grunde dann das Zusammenleben im alltäglichen Geschäft, ohne die Strukturen hintendran wirklich zu analysieren und zu hinterfragen. Deswegen freund auch mein Hinweis, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass im Unterschied zur Friedenspädagogik die Ursachen von Menschenrechtsverletzungen in der Menschenrechtsbildung manchmal zu kurz tun. Danke dafür. Genau, ich gucke jetzt noch einmal kurz, ob noch Ergänzungen aus der Runde dringend oben liegen. Sehe ich jetzt gerade. Doch, okay, Nita. Naja, weil die Frage tatsächlich war, also diese Verstaubtheit der Menschenrechte, die würde ich gerne mal aufgreifen. Und über die andere Sache sind wir ja schon im Gespräch, diese Idee. Also es gibt ja auch ein Dominanznarrativ, wonach die Menschenrechte angeblich eurozentristisch seien. Und wir brauchen dringend, wir wissen, dass das nicht so ist. Wir wissen aber, dass es dieses Narrativ gibt. Wir brauchen aber Material, was dieses Narrativ bricht und irritiert. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir aber auch sowas wie eine Kampagne. Judy, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel. ADEFRA ist eine Menschenrechtsorganisation, die es seit über 30 Jahren gibt. Ihr habt damals den Begriff Menschenrechte nicht benutzt. Aber wie geil wäre das denn? Sowas wie traditionelle Menschenrechtsaktivistinnen und das Foto wäre Judy Gummig als Beispiel. Oder Marvin Judy, Jugendliche ohne Grenzen. Also dass wir tatsächlich Material haben, was den Begriff traditionell benutzt und diesen Begriff traditionell aber fühlt mit Bewegungen, die häufig nicht mit Menschenrechten in Verbindung gebracht werden. Und ehrlich gesagt, würde das auch Spaß machen, sowas herzustellen. Deswegen wollte ich das doch nochmal dazu beitragen. Ja, vielen Dank dafür. Genau, ich sehe ein paar lächelnde Gesichter. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020